Moin Leute und herzlich willkommen hier zu einer weiteren Runde Minecraft Bad Wars auf dieser einen kleinen weiteren Map hier zur dritten Minigames Reihe hier ich mache so ein kleines Let's Play ist der Minecraft Minigames wo ich einige Minigames vorstelle und auch spielen werde ich glaube ich sollte mich hier mal ein bisschen ran machen heute geht es wieder um Bad Wars habe ich mir jetzt aber so spontan überlegt die Survival Games Server sind leer kommt davon wenn man nachts aufnimmt da kommt nichts Gutes bei raus trotzdem ja jetzt haben wir es tatsächlich wieder geschafft wo ist der Wildschar da ist der Wildschar Blöcke ich will erstmal Ausrüstung genau hier schaut euch das an hier Texturenfehle oder was sind das ach super krass viel Gold fünf Silber ein Silber ich nehme genau ein Holzschwert oh Gott warte mal haben wir hier nicht einen Knüppel Rückstoß 1 vier Angriffsschaden hier beim Knüppel steht nicht wie viel Angriffsschaden das ist blöd warum sind die Blöcke lila hat das einen Grund hat das einen Grund wir haben hier wieder interessante Leute hier im Team das gefällt mir auf jeden Fall so na komm ein bisschen essen klack klack so warte mal nehme ich mir hier noch was davon und ich hole mal ein bisschen Blöcke ich muss ja auch mal klack du hast nicht genug Barren wow das hätte ich jetzt nicht gedacht so bauen wir weiter ich habe keine Blöcke ich habe aber gleich Gold oh oh wir bekommen schon Besuch oh die haben ja einen Bogen die haben einen Bogen die haben einen Bogen schon woher haben die drei Gold was macht denn da hallo du sollst die Brücke nicht stabilisieren du sollst da abhauen oh er haut ab ich bekomme hier Pfeile oh oh nein nicht gut 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 da ist unser erster Mann gestorben na gut so Leute jetzt müssen wir uns das mal hier ein bisschen wir müssen das mal ein bisschen durchdenken Bronze Set Silber Set ein Knüppel eine was was das denn ist da noch zugekommen oder wie Leiner was was Blöcke im Invent ey was ich weiß gar nicht ich bin hier gar nicht mehr mit ich komme hier gar nicht mehr mit ich komme hier überhaupt nicht mehr mit so genau ich würde sagen wie man das jetzt so ach komm scheiß auf deine Mauer da hier guck mal oh komm rum alter getroffen der hat mich eiskalt erwischt eiskalt erwischt Leute nein 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 der trifft uns immer noch der trifft uns immer noch der trifft uns immer noch nein ach komm schon der Typ ist doch scheiße ach geil wir hätten das hier liegen gelassen der Typ ist doch geil aber der gehört mir der Villager mh Blöcke bereuen ich ne Ausrüstung klack 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 so Waffen 4 Gold 5 Silber ich gönne mir ein Schwein ich gönne mir ein Schwein stert schwert genau ein Schwein stert schwert ich sag schert 30 Gold für den Bogen mit unendlich 1 nur unendlich ein 30 Gold hallo sind wir denn noch unter Menschen hier 13 Gold ok es ist doch echt warte mal warte mal wo war das 7 Gold 3 Gold das ist hier noch ein normaler Bogen da kriegst du keine richtigen Pfeile für also wir müssen jetzt in die Mitte ich will nämlich jetzt 30 Gold mal eben schnell holen mal eben mal eben schnell ist ja nicht so dass das da ewig brauche oh das ist abge gegangen ist ja gut hallo ich habe Platzangst ich habe Platz äh ich habe Angst vor großen Plätzen aber das bringt doch nichts da rum um zu gaulen wir müssen irgendwie anders da ran wir müssen da anders rangehen die Frage ist nur wie weil der Typ ist da oben bewacht jetzt alles äh ist jetzt runtergesprungen ich habe Blöcke ich habe Blöcke ich habe Blöcke jetzt oder nie ich opfere mich oh boah Alter ich habe kein Essen mehr na seid ihr drüben ah ne das ist unser Konkurrent oh aufpassen der Typ ist warte mal ich werfe mit dem Fall nach ihm hier fang oh zu zweit komm lass mal zu zweit angreifen oder nicht oh der Typ ist tot shit 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 wir haben glaube ich ein kleines Problem hey scheiße ich habe keinen Bogen kein Pfeil kein nix ich kann ihn nicht angreifen ich hätte ihn jetzt angreifen können das bringt doch nichts komm lass es gib gibs auf der hat uns jetzt hat er uns erstmal erstmal oh oh ziel da er zielt auf uns what the fuck oh der Typ der Typ geht wieder drauf ey geh drauf nein der Abstand ist zu scheiße fies alter Finne ich glaube es geht los ich glaube es geht los der Typ stirbt die ganze Zeit wir können nichts machen der hat uns jetzt hier eingekesselt what what der ist da oben lol hier fliegt manchmal ein Geist rum kann das sein die sind zu zweit wir sind zu dritt und wir kriegen es nicht auf die Reihe zu dritt alter ist das peinlich es ist ist eine tolle Runde jetzt erstmal so sollte der uns von oben nicht treffen können erstmal Teamarbeit Teamwork ist gefragt hier eigentlich ich nehme mal ein paar blöcke mit eine holzspitze warum nicht so jetzt ist aber jetzt ist aber echt genug jetzt ist nicht gut Kirschen essen mit mir jetzt geht's los oh nein lol wie kann der uns bekommen wie kann der uns bekommen ganz ehrlich wir sind zwei Meter hoch wir sind zwei Blöcke hoch ich würde es nicht machen lol unser Team hat einfach gewonnen lol unser Team hat einfach gewonnen hä muss ich das verstehen ja gut vielen Dank fürs Zuschauen das war ja eine scheißrunde aber so ist Bad Wars halt jetzt habe ich das aufgenommen jetzt werde ich es hochladen moin na du der war nix jetzt ist das halt passiert da kann man jetzt auch nichts dran ändern ne gut ich würde sagen das war's guck mal an Unge na Unge haio oh weg hoch holzi ähm vielen Dank fürs Zuschauen wir sehen uns ach Gott in der nächsten Minigame Folge wieder bis dahin ciao euer Lörator wir sehen uns wir sehen uns deliver playoffs vor 2022 PRESIDENT ano 4 knapp dispon чуть ru เรา Const вас く